Herzlich Willkommen zurück an Bord die Deichgräfin in Fahrt auf dem Mittelland Kanal wir testen hier mal alles aus und aus allen Perspektiven wir haben kein Motorboot wir haben Verdränger wir fahren jetzt eventuell mit ungefähr 4,4 Knoten wir können aber auch mehr aber dann wird es laut aber so eine Tuckerfahrt mit 3,9 Knoten herrlich jetzt hat meine Frau doch ein bisschen Gas gegeben hier ich denke mal das sind fast 5 Knoten oder durch 6 Knoten einfach schön ich werde weiter berichten bis dahin ciao